Meine lieben Bürgerinnen und Bürger der Stadt Altötting, im Deutschen Bundestag setze ich mich mit aller Kraft und viel Engagement für Sie ein. So habe ich für die Stadt Altötting unter anderem Fördermittel für die Sanierung des Freibad St. Georgen in Höhe von 700.000 Euro erreicht. Ich möchte auch künftig für Sie da sein und bitte sehr herzlich bei der Bundestagswahl am 26. September wieder um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme. Ihr Stefan Mayer Untertitelung des ZDF für funk, 2017